Regionär Robert Zouli dürfte seine Zelte in Hoffenheim abbrechen, laut der Berliner Zeitung steht der Österreicher vor einem Wechsel zu Union Berlin. In der Hauptstadt würde Zouli auf die beiden Landsmänner Christopher Trimmel und Christoph Scheswender treffen. Mit Markus Hofmann, Co-Trainer und Michael Gesperning-Torwart-Trainer agieren zudem zwei weitere Österreicher bei Union Berlin. Schon am Tag zuvor verbreitete sich die Meldung, dass die TSG Hoffenheim den 26-Jährigen vom Training freistellt, um einen Transfer voranzutreiben. Nun soll Zouli in Berlin bereits seinen Medizin-Check absolviert haben. Der offensive Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2017 nach einer starken Saison für Greuther Fürth, 23 Spiele, 10 Scorer-Punkte, ablösefrei nach Hoffenheim. Unter Trainer Julia Nagelsmann absolvierte Zouli aber lediglich sechs Partien. Werbung Werbung Untertitelung des ZDF für funk, 2017